Oh Gott. Okay, woher denn? Oh mein Gott! Ist er endlich tot? Die Eier von dem Bischof. Nein, die haben wir noch nicht. Wir suchen, wir suchen, wir suchen. Wo ist der Bischof? Lass uns zum Bischof gehen. Oh, Kanada. Oh, Kanada. Ich hätte gerne eine Map von Kanada. Nein, geht nicht, danke. Okay, vom Bischof. Wo finden wir den Bischof? Bischof, 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 Bischof. Willkommen in der Shop. Kann ich dich in meine Waffe interessieren? Äh, Waffen? Oh, let's dinge. Aber, aber, aber nein, ich suche erst mal den Bischof. Der Bischof. Frage ist, wo ist der? You have square. Ah, hab ich schon alles. Okay, okay. Was ist schon im Ufo? Der Ufo ist ganz am Anfang. Wo ist der Bischof? Okay. Hier nicht, da nicht, da nicht. Oh mein Gott, der Bär. Banz, Vancouver. Okay, okay, okay. Wir wurden angerückt von der Schlange. Zwei Schlangen. Ich glaube, wir haben schon genug Leute geklappt. Oh. Nein! Okay, okay. Schwach, schwach. Da ist schon mal schlecht. Ups. Da ist schon mal schlecht. Ich könnte jetzt noch ein bisschen friertes Kacken gehen. Superball. Wenn die Waffe blinkt, blinkt. Linke oder wählt zum Fuß. Was machst du? Der saß, der saß. So, magische Rakete. Magische Rakete. Nein, die ist noch am Leben. Egal, Cartman, stop. Stop. Wie habe ich dich empfehlt? Ja. Oh shit, wir gehen drauf. Ich bin so schlecht geworden. Der erste Kampf, wo ich sterbe direkt. Gegenstände. Gesundheitstrank. Kann nicht essen. Shit. Heiltrank. Okay, der eine ist weg, der eine ist weg. Begleiter tauschen. Fähigkeiten. Brändewolke. Klammschlag. Oh, der saß. Und so hat die Partie geflogen. Dude, du hast Diarrates. Hey. Ja, ich weiß. Haben wir in Ruhe. Hey. Oh, Kanada. Du, la, li, la, lul. Hier ist der Bischof. Praise Christ. Praise God. Praise Jesus. Praise Jesus. The prince thinks Canada is a monarchy. But there's other people with opinions by God. Sorry, God. Praise Christ. Praise God. Praise God and Christ. Äh... Banff Canadians are quite religious. Okay. Das hat mir jetzt gerade nicht wirklich geholfen. What will have to do? Bündnis. Okay. Na, 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 na. Oh, Kanada. Sprich mit den Prinzen. Der Prinz von Kanada lässt dich den Minister nicht sehen, wenn du nicht vorher den Bischof von tötest. Äh, reiß nach und greif den Bischof an. Okay. Wir greifen den an. Oh, Kanada. Was ist das? Wer der fuck hat einen Bischof? Du musst den nur... Oh, shit. Ich hab noch... Ich hab... Ich hab düsteres AIDS. Fähigkeiten. Seriously? Wie süß wäre es ein schönes Spell, das würde Kyle suck meinen Boss machen? Können Sie sich vorstellen? Oh, der ist im... Der ist im Huhn! Ich hab den Faschen noch gedrückt. Okay. Kein Problem. Äh... Nimm die Rakete. Angewidert. Sehr gut. Und jetzt nimm deine Fähigkeit. Flammschlag. Oh. Willst du etwas? Ah! Alter, der hat 6000 Lochwand. Wir haben perfekt geblockt. Oder prozentig. In den Ball. Erinnere die goldenen Ruhle! Erinnere, erinnere! Der 5. Dezember? Dezember? Will? Magisch. Ich will die andere Ruhle! Okay, okay. Ganz ruhig. Er zündet eine Blähung mit Explosiven. Er weiß nicht, was er macht. Nein, der ging daneben. Oh. Der hat nicht geheilt. Okay, mach den Knochenbrecher. Der war nicht gut. Okay, klar. Nimm deinen Stab. Ich will etwas superkirch. Erinnere die goldenen Ruhle! Okay, plus 5. Oh, shit! Love thy neighbor! Das bringt gar nichts. Der ist gegen alles immun! Nimm deine Fähigkeit. Flammschlag. Gib ihm! Okay, wenigstens zieht das tausend ab. Abgewehrt. Bitch. Okay. Äh, Magie. Haben wir nicht mehr. Fähigkeiten. Versuch den nochmal. Stein. Papier. Schere. Oh. Nein, schon wieder. Das ist richtig. Respekt unsere Regierung. Okay, 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 whoa, whoa, whoa. Oh, okay, 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 okay. Du musst mich nicht töten. Ich gehe weg und der Prinz will nie wissen, dass ich lebend bin. Bitte, ziehe diese Dier-Pig-Testikles und erzähle den Prinz, dass sie mir sind. Hahaha. Ah! Ah! Bischof fertig machen? Oder die Kastikles? Bitch. Okay, alles nehmend. Oh. Oh, wir haben einen Zerfetzer? Shit. Hier, Rome, nein, Quest, Fähigkeiten, Inventar. Da, da. Äh. Den haben wir angelegt. Der hat sogar zwei Dinger. Okay, okay. Äh. Schaden gegen Düstermonster. Äh. Okay. Wir haben die Balls. Lass mal gucken, was wir hier noch kaufen können. Welcome to the shop. Hey! I don't fucking know. Maybe, maybe. Was haben wir hier? Äh. Gegen Nazis. Mehr Schaden? Fügt mehr Schaden, wenn du unter 25% tiefer. Wart. Winnie Peck. Wieder nach Ottawa. Der hatte gute Waffen, oder? Hey! Okay, okay. Lass mich. Lass mich. Ähm. Ein perfekter Angriff. Angriff zielt auf alle, die hintereinander stehen, okay? Und der, äh, nur erhält es an der Verhöhung nach einem perfekten Angriff, äh, Waffenschaden erhöht sich fünfmal pro Rüstungswert, zerstellt 50 Rüstung bei perfekten Angriffen. Der ist auch nicht schlecht, ne? Wir nehmen den. Und den? Wir haben doch noch jede Menge zu verkaufen. Wir haben neue Waffe. Jetzt erstmal zum König. Oh dear, my prince. Is he dead? Did you kill him? Hey! Yay, the bishop's balls! Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shhh, you. Shhh. Shhh. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now! The, oh, oh, okay, 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 okay. Hey, wir haben ne Freundschaftsanfrage. Okay, Brief der Prinzessin. Wir müssen uns mit dem Duke treffen. Mit dem Duke. The Duke. The Duke of Dukeiduke. The Duke of Vancouver. War doch richtig, oder? Nein, nicht. The Duke, the Duke. Wo ist der Duke? Hey! Hey, Duke! Oh, yes, I have no time. Der hat vier Kilo an. I have no time to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the south east of town. Only they could train you in such sorcery. Oh. Oh, sprich mit den Mönchen. Okay, let's speak with the monks. Oh, yes. Na, ni, na, du. Schlange! Äh, wo sind die Mönche? Äh, warte, lass mal gucken. Crest. Oh, Kanada. Sprich mit dem Misri im südöstlichen Vancouver. Also waren wir hier richtig? Wo ist der Fuck? Südosten. Da unten. Heyyyyyyyyyyyyyyyy. Und Cartman? Achso, ist auch am Boden. Hey, Furr! Hey, Charles! I don't know how to fart? Wer bist du? Ich bin... Was? Es funktioniert nicht! Wenn ihr Englisch versteht, äh... Use each fart of him in order. Ah, okay. Thanks, buddy. Okay, äh... Der Drachenschrei haben wir. Äh, dann... Furzgranate haben wir auch. Verstohlener Creature. Der Drachenschrei Dienst? Ich weiß ja. Oh, quick! Show me the true magic! Game over! Oh, it's going down. Ah, tricks! Some objects seem too large to be damaged by magic. But now I will break through it with Nagasaki! Yo! Hold it! Oh, it clicked! Wait. Okay. I believe in myself. Now, now, now! You call that a fart! You must focus harder! And push harder too! Okay, okay, okay. Think of your anus muscles as a puckering kiss. Puckers! Think of my anus muscles. Okay. Here, watch again! I have it! I have it! I have it! Believe in yourself! Ah, believe in myself. You see it! That's it! Now let us see how Nagasaki works in battle! Oh, Nagasaki! These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move! Nagasaki! 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 That's it! You have the power! I have the power! Oh! You did it! Now go out and use your anus for the good of mankind! Yay! And never ever- ever fart on a man's balls! Okay, okay! Ne 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 ne...